Ja, ich kann anders nichts sagen, ich war ein junges Mädchen, so 18, 19, wie die Jungs dann nach Belgien eingezogen sind, in den Krieg, und Soldaten, und es waren alle anstrengende Mädchen, muss ich wirklich sagen. Ja, ich hatte meinen Mann, der war von Belgien, mein erster Mann, und der ist geblieben in Jugoslawien.